Willkommen zu einem TOTS Pack Opening. Es ist heute soweit, das TOTS ist rausgekommen. Also ein Part von dem TOTS. Und es sieht ganz okay aus. Wenn wir keinen von den drei besten TOTS ziehen, dann werde ich mich in meinen Klamotten duschen. Also so wie ich jetzt gerade bin, werde ich mich dann unter die Dusche stellen. Ich will es nicht, die Lightning Round sollte jetzt genau kommen. Also ziehe ich besser was. Es ist 19 Uhr, komm schon. Es muss die erste Lightning Round geben. Und wir haben die erste Lightning Round. Es sind 50 Carsets. Okay, damit können wir arbeiten. Das ist wirklich mein erstes Pack, was ich hier gerade öffne. Und es ist nicht sonderlich gut. Maudi, er ist gut in Real Life. Und wir haben wieder meinen 83+. Scheiße. Ich schließe mein Fenster, es könnte lauter werden. Pack Nummer 3. Zeig mir was. Ja, der erste War Assistant. Team of the Week. Es ist Corona. Ich hatte ihn noch nie in Real Life. Und wir haben die Maria. Einer der größten argentinischen Legenden auch im Pack. Diese 50k-Packs sind ein bisschen scheiße. Ich werde nicht lügen. Oh, ein Rock-Out. Oh, was ist ein normaler. Es ist Casemiro. Ich meine, es ist nicht schlecht. Aber auch nicht der Beste. Wir wollen die blauen Karten sehen. Was wir jetzt machen werden, ist ein Discard-Pack. Das heißt, egal wer in diesem 50k-Set ist, wird discarded. Discarded. Uuuuuh. Nein. Oh nein. Wer ist das? Ah. Ah, okay. Es geht noch, okay. Es geht noch, Fit. Ich meine, immerhin ist kein großer Spieler dahinter. Diese 50k-Sense sind wirklich nicht so nice. Ich lasse wahrscheinlich meinen Bruder einfach noch ein paar ziehen. Okay, mein großer Bruder sieht gerade so hässlich aus. Er will nicht vor die Kamera. Deswegen habe ich Ersatz gefunden. Mit dem kleinen Bruder. Dies. Du hast mit Münzen gemacht. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Es ist, aber nö. Wenn du schaffst, in drei Packs ein Walkout zu ziehen, du gehst gleich raus, ne? Dann gebe ich dir einen Zehner mit. Ja, okay. Soll ich dir mit Points kaufen? Ja. Du hast drei Packs. Oh, und im ersten ist es nicht. Es ist, es ist ein Walkout. Too geil, too geil. Geil. Hakan, Chalan-Hoglu. Nicht schlecht, stark gemacht. Aber du hast noch ein Pack. Willst du Double or Nothing machen? Nein. Okay. Also hätte er jetzt Double or Nothing gemacht, bei einem Walkout wären es 20 Euro gewesen. Ah, ist ja Nothing gewesen. Ich will aber noch eins, oder geht nicht mehr. Doch, kannst du auch. Aber erst mal der Zehner. Also wir haben 10 Euro verloren, aber es ist nicht schlimm. Also ich habe noch ein paar Packs im Verein, die alle nicht wirklich sehr, sehr gut sind. Sollte jetzt eins von diesen Packs kein Walkout sein, werde ich das erste Pack der nächsten Lightning Round discarden. Es könnte ein 100k-Set sein. Okay, alles was wir brauchen ist ein Walkout in den normalen Packs. Ein einzigen. Der ist das erste Pack scheiße. Pack Nummer zwei? Hey, ich guck nicht hin. Oh, ja, 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 ja. Es ist ein scheiß Walkout, aber es ist ein Walkout. Also müssen wir das erste Pack nicht discarden. Du hast mich gerettet, Chechny. Du hast... Wir haben immer noch zwei Packs da und sogar ein 50k-Pack. Ich sage nicht nein. Ich sage doch nein. Nein! Ich habe gerade einfach zwei Packs geschenkt bekommen von EA, was zwei garantierte Walkout-Packs sind. Okay, es ist nicht garantiert, aber so gut wie. Weil in dem Pack ein 85 plus ist und ab 86 ist es ein Walkout. Oh, gib mir was Gutes, EA. Gib mir was Gutes. Es ist ein Walkout? Wer ist es? Sané? Mané? Yeah! Das ist bisher sogar der Beste, den wir gezogen haben. Frag mich aber, was bei seinen Haaren los ist. Wo fangen die an? Ich würde meinen Friseur wechseln, Bro. Ein Pack ist noch übrig. Bitte gib mir eine Special-Karte. Und es ist eine Special-Karte, aber leider kein Totz. Und er ist Deutsch? Volland. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wenn wir uns das Totz angucken, sind die drei Besten, die ich ziehen muss. Suarez, Louris oder Laporte. Wenn ich keinen von denen ziehe, muss ich duschen gehen mit meinen Sachen. Und es gibt ein Adeyemi-Totz. Karim... Adeyemi... Hmm... EA hat anscheinend jedem 2,85-Plus-Packs geschenkt. Deswegen sind wir hier, auf meinem zweiten Account. Und ich hab hier noch andere Packs. Ein Premium Team of the Week-Pack? Vielleicht krieg ich in dem hier einen Totz? Man weiß nie, man weiß nie. Ah, ich mach's nicht. Aber ich krieg Volland. Vielleicht haben wir auf dem Account mehr Glück. Bitte, es ist ein Walkout. Es ist England. Nein! Versuch Nummer 2, wird ein Handy-Pack-Opening? Okay. Wir gucken über mein Handy, was ich da bekomme. Ah, es ist nicht mal ein Walkout? Ernsthaft? Ich hab sogar 3 Accounts. Der auf Italienisches. Ich weiß nicht, warum ich das eingestellt hatte. Aber ich nehm die 2 Gratis-Packs mit. Komm schon. Kann hier was drin sein? Nein! Und es ist wieder kein Walkout. Wer ist denn 85? Grießmann. Okay, wir haben einen letzten Versuch. Einen letzten Versuch. Bitte! Oh Gott. Ich will meine Augen öffnen und gerade ein Pop-Tick. Komm rein! Oh! Oh! Ich hab nur Argentinien und Eiffelturm gesehen. Oh, nein! Maria, ich mag dich doch so sehr. Aber nicht in den FIFA-Packs. Oh, 20 Uhr! Okay. Die nächste Lightning-Round sollte jetzt im Shop sein. Ich hoffe, ja! Und es sind 100 K-Packs. Es sind 100 K-Packs. Das ist ein großer Unterschied. Das ist ein großer Unterschied. Und wir ziehen direkt einen Walkout. Oh, Mbappé! Nein! Es ist Benzema. Es hätte Mbappé sein können. Ah, scheiße. Ein okayer Start in die 100 K-Packs. Aber wir brauchen ne blaue Karte. Nein! Nicht mal ein Walkout. Ihhh! Ihhh! Verpiss dich! Okay, ich öffne eins mit meinem Arsch. Ist das möglich? Ich muss meinen Finger auf dem Ding drausassen. Und jetzt. Ah. Arschpack? Komm schon! Bitte! Ja! Nein! Gold! Nein! Und dann auch noch der! Ah! Warum tanzt du? Hör auf zu tanzen! Das ist ein Kack-Walkout. Ich hab jetzt ein Walkout. Ah, zwei Walkouts. Deutschland! Ah, bitte, 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 bitte. Oder? Ja! Ja! Deutschland! Stürmer! Ante Emi! Ha, 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 ha! Ah! Ante Emi! Wir haben einen und es ist Karim! Es ist Karim! Ah! 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 Das ist wirklich ein gutes Pack! Und Harry Maguire! Einer der schlechtesten Innenverteidiger, die es jemals gab. Okay, wir haben einen, aber wir haben immer noch nicht einen der Top 3! Das heißt, wir müssen immer noch baden gehen! Es ist ein Walkout! Aber es ist Couture! Ah! Mann, diese Torwüter sind immer so am Tanzen! Aber die sind kacke! Niemand will einen Torwart-Walkout, wenn wir ehrlich sind! Okay! Ich wette, in diesem Pack sind fünf Franzosen! Wenn in dem Pack keine fünf Franzosen sind, dann diskarte ich das nächste Pack! Alles, was wir brauchen, ist gut am Streaming! Oh, wir kriegen da rein! Wir kriegen da... Ah! Wer ist das? Gagpo? Gagpo! 90er Rating! Und ich kenn ihn nicht mal! Uhuhuhu! Uhuhu! Oh, der Zweite! Ist das herrlich! Und dann noch Lukaku im selben Pack! Oh, Baby! Das schmeckt! Das schmeckt! Nein! Ich hab vergessen, die Franzosen zu zählen! Oh, nein! Aber es sieht nicht so aus, als wenn da fünf drinne waren! Ich wette das nächste Pack diskaden müssen! Bitte sei nicht gut! Bitte sei nicht gut! Ich will's nicht mal ansehen! Ich will's nicht mal ansehen! Den müssen wir diskaden! Wer ist das? Nein! Oh, ernsthaft! Das kann nicht ernst gemeint sein! Immerhin ist es ein Scheiß-Totz, aber es ist ein Totz! Oh! Warum sieht sein Lächeln geeditet aus? Mein Bro hat ein komisches Lächeln! Ah ja, tschüss, verpiss dich! Und ich werde nochmal aufladen! Ich bin nicht süchtig an der Stelle und ihr solltet auch nicht aufladen, weil ihr davon wirklich nichts habt! Es ist einfach nur anders, weil ich YouTuber bin! Ich würde diese Packs nicht aufmachen, wenn ich kein YouTuber wäre! Außer ich wäre stinkreich! Okay, wir machen jetzt ein Gehe-aus-dem-Zimmer-Pack! Mit euch zusammen! Also wir haben hier das Pack! Ich drücke jetzt auf Öffnen! Und wir gehen raus! Und wir gehen raus! Jetzt warten wir eine Sekunde! Okay, das war eine Sekunde! Wir gehen jetzt rein! Und jetzt sehen wir gemeinsam, was für ein Spieler da ist! Drei, zwei, eins! Lewandowski! Yo, ich dachte erst mal, das wäre ein Scheiß-Workout! Aber es ist einer der Besseren! Sogar der zweitbeste! Ja, den nehme ich mit! Aber wir brauchen immer noch einen der Top 3! Komm schon! Kann das gut sein? Ich weiß es nicht! Ich bin mir ziemlich sicher, wir hatten Volland jetzt dreimal! Aber ich sage nicht nein! Und Casemiro! Okay! Ich werde es nicht schaffen! Ich werde es nicht schaffen! Einer der besten drei Tots! Nein! Wenn es einen EA-Gott da draußen gibt, dann bitte ich um Erhöhung! Und einen Top 3 Tots, bitte! Es ist kein Tots, es ist ein Walkout! Es ist Raheem Sterling! Ich meine, es ist okay! Wir kriegen ganz viele Walkouts! Es sind nur nicht die, die wir brauchen! Oh nein! Ja! Komm schon! Wer ist das? Sankari! Sankari! Er sieht krass aus! Ich weiß nicht, ob er viel wert ist! Und Thomas Müller! Oh! Oh, nicht wieder Volland! Wer ist das? Lienhardt! Ist es okay? Ich habe irgendwie leicht die Hoffnung aufgegeben, noch einen krassen Tots zu ziehen! Er will es mir einfach nicht geben! Ja! Ich will es mir nicht geben! Vollgleich! Oh! Wer ist das? Ich weiß nicht, wer das ist, aber er sieht gut aus! Iiiiia! Kakkeret! Äh, er ist Franzose! Äh, Kakkeron! Oh! Meine Eier tun ehrlich weh! Ich hätte es nicht machen sollen! Ah! Und dann hat er noch ein scheiß Peck! Ich bereue es mit den Eiern! Ich bereue es! Wir kriegen wieder ein Inform! Es ist ein Franzose! Oh, habe ich Franzose gesagt? Portugiese meine ich natürlich! Oh, bitte! Oh, bitte! Ja! 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 Nein! Nein! Ja, nein! Ich weiß es nicht! Masraoui! Oh! Ein 3-7-4-fach-Walkout! Bitte sei gut! Ich habe schon so viel aufgeladen! Das sind meine letzten FIFA-Points! Komm schon! Nein! Oh, nein! Ah! Ich gehe jetzt mit Coins! Das juckt mich nicht! Ich gehe mit Coins! Vielleicht ist es sogar besser! Nein! Oh! Ein bisschen was? Es war nicht so schlecht auf jeden Fall! Vielleicht hat es was! Vielleicht zieht man mit Coins besser! Ja! Ja! Was zieht mich bei Coins besser! Deutschland! Genau wie! Genau wie! Ja! Ja! Einer der Besseren! Vielleicht sogar einer der Teuersten! Ja! Es sieht gut aus! Wisst ihr was? Ich behalte es bei! Die Münzen lohnen sich! Wir haben Profit gemacht mit dem letzten! Und wir machen es wieder! Und wir machen es wieder! Es sind die Münzen! Es ist Tuckpo schon wieder! Ich meine, ich nehme ihn mit! Wieder ein Walkout! Es ist wie viele Deutsche! Ich weiß nicht, ob wir noch was ziehen können! Wir haben schon echt gut gezogen! Wir haben irgendwie fünf Tots oder so! Aber ich bin damit immer noch nicht zufrieden! In Form! Joa, es ist Volland, oder? Nein! Diesmal ist es Tapp! Ich wusste nicht, dass der so ein hohes Rating hat! Okay! Das ist das letzte Mal, dass ich auflade! Ich verspreche es! Also haben wir nochmal 12.000 Punkte! Das sind sechs von diesen Packs! Um einen der besten drei zu ziehen! Wir fangen an mit einem belgischen Walkout! Es ist Couture! Bitte tanzt nicht! Bitte tanzt nicht! Bitte tanzt nicht! Danke! Okay! Können wir... Oh, wir können das bekommen! Es ist aber Benzema! Du darfst tanzen! Du darfst tanzen! Oh, ich weiß nicht, was meine Eltern sagen, wenn ich ihm sage, wie viel ich hier reingesteckt habe! Ja! Bitte! Engel! Und linksverteidiger! Oh! Mitchell! Er sieht gut aus! Es ist aber trotzdem keiner der Top 3! Und damit sind wir beim letzten Pack angekommen! Oh! Es ist nochmal ein normaler Walkout! Es ist Verratti-Scheiße! War! Ich muss es machen! Ich muss baden gehen! Nein! Oh! Fuck! Oh nein! Los geht's! Oh nein! Ey, mach doch kalt! Nein! Doch! Nein! Junge, mach kalt! Digga, das ist schon scheiße genug so! Mach kalt! Reinst du? Ja! Wenn schon, wenn schon! Bei den! Mach eiskalb, du! Übertreib nicht! Hüpf rein! Ich mach das hier! Ey! Ich will es nicht machen! Ich will es nicht machen! Ich will es nicht machen! Okay! Okay das ist ein bisschen los geht's! Und kurz hier. Und wie war's? Alles noch nicht, ja. Nö. Kennst du das Gefühl, wenn du sterben willst? Nö. Halt's mal. Ich weiß, was du sagen willst. Was?